Musik Die Geschworenen werden an einem der sichersten Orte der Welt über eines der größten Weltverbrechen informiert. Natürlich werden den fünf Geschworenen alle Beweise und Tatvorgänge vorgelegt. Nun hat sich die Partei für Sicherheit dazu entschieden, Gebrauch einer Kapsel zu machen. Diese Kapsel wird normalerweise für Soldaten in Extremsituationen angewendet. Sprechen Sie bitte hier in die Kamera. Hier. Erzählen Sie, wie es Ihnen geht und kommen Sie dann auch schnell zum Punkt und sagen, ob Sie weiter bei dem Programm dabei sind. Hallo, mir geht's gut. Ich bin auf jeden Fall beim Prozess dabei. Ich bin weiter dabei. Natürlich bleibe ich dabei. Ach, wir sind ja so gespannt. Verdammt nochmal! Für wen arbeite ich hier? Wie können Menschen sowas tun? Wie soll ich da noch an das Gute im Menschen glauben? Ich bin einfach nur noch froh, wenn ich hier rauskomme. Ich bin doch hier das Opfer. Jeder bezahlt seine Schuld. Shit. Ich muss das hier durchziehen. Die Sachverhalte sind klar. Die fünf Geschworenen, das neue Musical des ICF München. Aufführungen am Sonntag, 4. Oktober 2015 im Zirkus Kronebau. Tickets unter musical.icf-männchen.de oder im Vorverkauf des Sonntags im Neuraum. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 im ZDF für funk, 2017 im ZDF für funk, 2017 im ZDF für funk. Vielen Dank.